Ja, ich bin noch ein bisschen weit. Okay. Es macht gerade so Spaß hier. Lalalala. Da ist noch ein F-Fragezeichen. Ich mache da erstmal das F-Fragezeichen. Wenn ich schon am Motorrad da oben unterwegs bin, dann mache ich das mal eben. Das sind 7 Kilometer, aber ja. Wen juckt es, ne? Wen juckt es? Pull over, please. Ich bin ein großartiger Mann. 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 Was ist denn ein großartiger Mann? ich doch auch gehen Das war's für heute. Ich mach mal das und dann will ich mal gucken, ob man mit der Seilbahn fahren kann. Schlaufe geil. Du schon wieder. Ja. Ich weiß, du möchtest. Ich wundere, warum deine Scheine ist. Perfekt Beach Start. Ich hab das Locked In. Komm schon! Schlaufe. Du brauchst eine Vacation oder irgendwas, Frau. Schlaufe. Du brauchst das ja unbedingt. Schlaufe. 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 Here we go! Ich bin weit vorne. Die Frage, wie lange noch. Triathlon-Fahrrad-Schwimmen und Fahrrad fahren waren das jetzt. Schlaufe. 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 Lass das doch mal jetzt. Der fährt gleich wieder vom Rad. Wir verarschen, alter. GIg's den doch. Wie lange will er grob bleiben, ey? Das kannst du nicht gewinnen. Da sei es, dass sie gleich von dem Hut angegriffen wird. Ich kann das nicht gewinnen. Ja, weil die auch unendlich Ausdauer hat. Nein, nicht nochmal Versuche. Scheiß drauf, ey. Aber jetzt bin ich hier, oder was? Hat einer von den Punks da heute noch ein Auto dabei? Ja, natürlich nicht. Ist er zu Fuß hergekommen, oder was? Ich weiß, warum habe ich da rote Dinger? Ja, ich weiß, was ich da rote Dinger ist. Was hatten die denn vor, Alter? Was wollten die von ihr? Wollten die die gerade graben, Alter? Wollten Sie mich in Vinewood Hills, ich muss hier rauskommen, woanders. Okay, ich habe ein Mann kommen zu mir, Vinewood Hills. Jesus, das ist so messed up, danke. Ich weiß nicht, was würde passieren, wenn du nicht gekommen bist. Ja, ich glaube, ich glaube, sie waren in dieser hole für Spaß. Die sechs Sons von B****. Was war das alles? Nur mein Vater, wie immer. Das war dein Vater? Was? Nein! Ich sollte nicht sagen, was jetzt jetzt? Du bist in der Leben, richtig? Du kannst dich nicht wie du bist und nicht in der Leben sein. Habt ihr gehört von Sammy Bettino? Most people call ihn Sonny. Was? 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 Ich scheeze... Ich scheeze... Was? Mhm, mhm. You wait until he hears about this. He'll flip his shit. Seriously. Everyone those two hicks ever talked to is gonna get hit What's your name by the way? Franklin Franklin what and I ain't sure I want to answer that he's gonna want to know who saved my life Franklin Clinton you'll be made right for this. I promise. Yeah. Yeah, if you say so Come on. I've almost died once today already. So bremsen, Alter. Was ist denn mit euch immer, wenn ihr von innen gefahren werdet? Warum bremst ihr denn sofort ab? Hör auf, rüber zu ziehen. Ja da wo du bist. Dress. Hör auf rüber zu ziehen. Ja da wo du bist. Hör auf rüber zu ziehen. Da wo du bist. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Erstmal bist du crazy? ... ... ... ... ... Was ist das? Fast ins Auge gegangen, aber nur fast. Und da reden die gerade kein Wort miteinander, oder? Komm, Flank, dann stell dich doch mal noch mehr vor. Vielleicht läuft ja noch was. Oh, too close. Ja, wie sie hingebracht werden, ist nichts. Das ist mein Mann, danke dir wiederum. Ich werde das nicht vergessen. Okay. Hm, ich hab mich zu Franken. Na, maybe? Ich will aufhören ob es Frank gehen und dann war es das für heute. 60.000, du hast dich gelohnt die Zeiten. 60.000, quasi neues Auto dazu. 60.000, du hast dich gelohnt. 60.000, du hast dich gelohnt. 60.000, du hast dich gelohnt. 60.000, du hast dich gelohnt.